Steigende Aktienkurse, fallende Stimmung, wie passt das zusammen? Die Antwort auf diese Frage, die bekommen Sie gleich. Hallo Joachim, deutsche Aktien haben sich seit vergangenen Mittwochen nochmal leicht erholt. Professionellen Anlegern scheint das viel zu viel zu sein. Immerhin ein Fünftel ist ausgegangen aus den Aktien und etliche auf die Bärenseite, also Schott. Woher kommt dieser Stimmungswechsel? Ja, in der Tat, es ist zum dritten Mal im Wochenvergleich nach oben gegangen mit dem DAX. Das ist schon bemerkenswert bei all den Nachrichten, die wir momentan auf der negativen Seite zu verarbeiten haben. Aber auf der anderen Seite gab es eben diesen Anstieg von 1,2 Prozent. Die institutionellen Investoren, die wir jede Woche befragen, deren Stimmung ist allerdings in den Keller gegangen. Hier geht es deutlich nach unten. Der Blick auf den Börse-Frankfurt-Sentiment-Index zeigt es. Ein Minus von 33 Punkten haben wir hier zu verbuchen auf einen neuen Stand von minus 23. Hier gab es nicht nur Gewinnmitnahmen, sondern drei Viertel, fast drei Viertel der befragten Investoren sind direkt von Long auf Short gegangen, haben sich also nach unten abgesichert. Vielleicht angemessen zu dem, was wir so insgesamt zu hören bekommen. Privatanleger haben gänzlich anders reagiert. Da sind einige eingestiegen. Woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung? Ja, in der Tat, da spielen natürlich die Positionierungen eine ganz wichtige Rolle. Bei den institutionellen Investoren, da konnte man sagen, naja, die haben ziemlich viel Gewinn auf der Uhr gehabt. Da habe ich mich eigentlich schon fast ein bisschen gewundert, dass sie nicht schon früher Gewinne realisiert haben. Aber bei den Privatanlegern, da sieht die Vorpositionierung gänzlich anders aus. Viele dieser Engagements befinden sich noch unter Wasser. Und das ist auch der Grund, warum unser Börse-Frankfurt-Sentiment-Index hier nicht nach unten geht, sondern sogar nach oben ein bisschen. Wir steigen hier auf einen neuen Stand von plus 11. Das ist eine Zunahme von sieben Punkten. Das sehen wir hier auch auf der Grafik. Aber im Prinzip sehen wir hier die Optimisten, die sogar an Stärke gewinnen, von 40 auf 45 Prozent hochgehen der Befragten. Das heißt also, hier sitzt man noch auf diesen Engagements und hofft natürlich insgeheim, dass es hier vielleicht nochmal einen Schub nach oben gibt, dass man dann vielleicht mit plus, minus Null aus der ganzen Geschichte rauskommt. Und unterm Strich, wie interpretierst du das Gesamtbild? Könnte in dieser Gemengelage der doch recht hohe Pessimismus der Profis eine Stütze sein für weitere Kursgewinne? Ja, der Pessimismus, wenn man jetzt mal auf den Vergleich guckt, wann wir das letzte Mal so pessimistisch gewesen sind, das war im August vergangenen Jahres gewesen. Der Pessimismus ist hoch, aber er ist noch nicht extrem. Das heißt also, ich bekomme noch nicht so ein richtig schönes Kaufsignal, so ein Kontraindikator. Dafür sind wir noch nicht tief genug. Aber so im Drei- und Sechs-Monats-Vergleich, da haben wir schon Werte, die also an die Corona-Phase vom April vergangenen Jahres rangehen. Insgesamt ist die Situation natürlich bemerkenswert insofern, dass diese Verkäufe, die wir von institutioneller Seite zu sehen bekommen haben, dass sie sich nicht auf den DAX ausgewirkt haben. Im Gegenteil, der DAX ist bestiegen im Wochenvergleich. Und das ist ein ganz klares Indiz für mich dafür, dass wir hier langfristige Kapitalzuflüsse zu sehen bekommen haben. Wahrscheinlich auch aus dem Ausland. Einige Marktnehmer kommen vielleicht wieder zurück in die Eurozone. Das mag der Grund gewesen sein. Der Euro ist ja auch ein bisschen gestiegen in den vergangenen Tagen. Das sind alles Indizien dafür, dass wir auf der anderen Seite zu unseren Short-Positionen, zu den heimischen Short-Positionen, also einen Kapitalfluss haben, der dem entgegensteht. Das ist im Prinzip günstig. Und zwar deswegen sollten wir hier runterkommen, haben wir natürlich einen abgesicherten Markt, von der institutionellen Seite zumindest gut abgesichert. Da wird es dann bei entsprechend deutlichen Rücksetzern, ich denke mal, wenn wir hier runtergehen sollten in Richtung 14.150, 14.200 Zählern, das wäre ein attraktives Niveau, wo die Short-Positionen von heute zurückgenommen würden durch Rückkäufe. Das wäre eine Unterstützung für den DAX. Aber die Oberseite, das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Was geschieht eigentlich, wenn diese Engagements von heute aus irgendeinem Grund, vielleicht sind es, mag es nur eine positive Nachricht sein, vielleicht dann doch eine ernstzunehmende Friedensverhandlung zwischen Russland und der Ukraine. So ein Ausschüsse kann man sich vorstellen. Wir haben es ja gestern schon mal so ein bisschen zu sehen bekommen. Wenn der DAX hier nach oben geht, dann kommen die Engagements, die heute auf der Short-Seite sind, die kommen in Bedrängnis und die reichen zumindest vom Volumen dafür aus, dass wir bei einem DAX eben vielleicht oberhalb von 15.200, das ist recht weit weg, aber dass wir oberhalb 15.000, 15.200, eine Short-Squeeze zu sehen bekommen. Das sind also unterm Strich positive Zeichen für den DAX. Es sieht also nicht so schlimm aus, als wie es uns die Stimmung vermitteln möchte. Danke für deine Einschätzung. Gerne. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020